Jojojo, was geht, was steht, hier ist euer Hochnumber1, da ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe euch geht es gut. Wir begrüßen euch erstmal zur nächsten Let's Play Folge von Destiny, die Höhle der Teufel. Wer dabei ist, ist einmal der Skaten, der Skiller. Moin erstmal zusammen. Guten Tag. Guten Tag, Le. Jo, Skat, eine ernst gemeinte Frage, sollen wir loslegen? Ei, ei, Captain. Ein Mann ein Wort, dann legen wir los. Die Reise kann beginnen zu dritt ab zum Mond. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden die Gefallenen weiter an unserem Stadtwall scharren. Unter den Ruinen des Kosmodroms, im Schatten eines alten Kolonieschiffs, liegt die Höhle des Hauses der Teufel. Und der hohe Servitor, der ihnen Kraft verleiht. Wir müssen diesen Maschinengott zerstören und ihre Seelen in die Hölle schicken. Habt ihr gehört? Maschinengott, Alter. Und der Schatten, der Schatten, der Schatten, der Schatten. Das ist ja die Zeit, ne? Was ich gar nicht so machen, ja? Da ist ne Kiste hier. Alles klar, der hat das schon gesehen. Alle da? Ja. Sauber. Ein Drehmetall. Links, zwei, drei, vier. Liebte, was ich hier am meisten allemal habe, ist ein Halbfuß der scheißkleinem Boden rein. Nervig. Gefallene und die Scham. Hoffentlich kommen wir nicht ins Kreuzfeuer. Aber die fliegt und springen nur, ne? So. Oh, scheiße. Scheiße. Komm. Super. Danke, Skiller. Krimmer. Da haben die Kleiner die 3-3-Kartenkarten. Ich bin doch mal schnell die anderen. Toll. Der Ausgang ist versperrt. Nicht die Höhe mehr. Ziemlich komplex. Das wird dauern. Open the door. Es gab, das ist meine Kämpfer-Ecke. Oh Gott, ich bin echt da. Oh Gott, ich bin echt da. Ich bin echt ein starkes Team. Ich bin echt da. Ich bin echt da. Komm her du! Stählen! Die Fallenen werden schlauer. Das ganze System scheint verbunden mit Ich beeile mich. So, Shotgun start. ... ... ... ... Oh Gott, ich geh nicht weg, ich krieg dich da hin. Alter Schwede, ich habe es fast, aber nur zur Sicherheit, die Gefallenen und die Schar sind unterwegs. All right, Laniere. Wir sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr. Nein! Oh, oh, okay. wieder weg ein Hüter ist gefallen wo bist du? habe ich dich nicht wiederbelebt? ein Hüter ist gefallen das ist ein Hüter du wirst sterben ein Hüter ist da Ja! Ja, mein Hex ist da. Ich kippe den Skull. Das war Kontraktion. Ey, das war ein Skiller, Mann. Ah, der Skiller ist von uns. Haha, ich besser lade ich kann. Ja. Hinter uns. Oh, ich hab keine Gefühle. Skull da. War alle am neigsten hier. Oh. Mit der Sprot. Sperre geöffnet. Wir können da. Weiter Weg. Und die Zunde aufheben. Oh, ich bin voll. Okay. Nachladen. Nachladen, Rad. Da ist vollkommen recht. Wartet, ich muss nicht kurz aussitzen. Ich gucke auch mal nur mal kurz nach. Neu sind wir im Schlag. Oh. Oh. Den Stärkenbund bis 22. Oh. Von dem Bedrocks. Ja, die greifen schon an. Oh. Ich komme. Och ne. Wieder gefallen. Kann der von hinten die Spucke. Oh. Skat hat alles unter Kontrolle. Uh. Hallo. Weiter geht's. Affenari, Altrösland, Erden. Die Zwingel, die gefallen. Die Höhle ist da vorne unter dem Kolonie-Chef. Gleich bei diesem ganzen Teufel. Och nein. Ah. Guck dir mal das Riesenteil an. Wir machen erst mal die kleinen Gegner weg, ne? Immer auf die Flüte schießen. Jo. Und später auf den Kopf, ne? Ja, genau. Laura, um.. ... Die geht links nicht gerecht. Ab geht um. No, ich bin oben auf der Brücke. Nee. Ich bin auf der Brücke um. Ich will auch. Oh, ich häng, ich häng, ich häng, ich häng. Güter gefallen. Oh, ich gucke. Oh, du guckst. Oh, ich guckst du. Oh, du guckst du. Oh, ich guckst du, du guckst. Die Spinner hat es richtig kaum. Ich denke nur von der anderen Seite ab. Ich denke nur von der anderen Seite ab. Komm, ich schaue. Wir schaffen das. Ich werfe ein Messer, 314. Es wäre Wabel. Ich bin da gefallen. Ich habe fast gar keine Munition. Ich muss mal Munition suchen. Entschuldigung. Ich bin genau da woher ich gucke und der Ketten abkommt. Ich bin da. Scheiße. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Super! Ich bin nur am draufschießen, die ganze Zeit. Ja, auf dem Kopf könnte ich draufschießen. Oh, ich bin nicht gefahren. Oh, ich bin nicht gefahren. Oh, ich bin nicht gefahren. Oh, ich bin nicht wie es hier ist. Ja, nehm ich nicht. Mein Huch hast gefeiert. Töch, 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 Töch. Ach so, Töch. Dann bleibt wieder einfall. Skiller. Wir retten. Das tut einen neuen Arm aus. Die hinteren Beine muss man treffen. Die Beine wohl noch rütteln kann ich. Ah, da kam was angeflummt, hab ich erst gesehen. Ich dachte, das sind fliegende Bomben, um zu lutschen. Danke, Skat. Mika, wir fallen. Ich fallen. Ich bin einfach von den Karten. Ich bin nicht mehr lebt. Ich habe keine gute Aufmerksamkeit. Das ist gut. Ich habe die Aufmerksamkeit. Nein! Was ist das? Komm, oder? Nein, da oben ist doch einer! Der Bixer, ey! Skat ist auf! Ach, sie macht nackern! Oh, oh, oh. Soll ich mich noch ein bisschen verstecken? Ich guck mal hier, was hier gibt's. Am besten wiederbeleben, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Skat. Sag ich doch. Bin dabei, bin dabei. Ja, Skat ist wieder da. Gott sei Dank. Ah, oh, oh Gott. Oh Mann. Dankeschön. Ich habe gefallen. Oh, oh Gott. Was mein Freund in Ruhe. Ich hab dich wieder gerät und dann auch nicht. Aber man ist echt schnell kaputt bei diesem Vieh, ne? Ja, wenn der Lüge schaust, der Bunker da oben einfach. Skat, was ist? Ich mach ihn. Der hat nicht mehr viel. Was ist mit diesem Typ da oben? Boah, der stirbt ja gar nicht. Flitter gefallen. Jetzt kommt das Auge. Und was ist mit dem Typ da oben? Was ist das für einer? Ich will einfach mal keine Chance haben. Schwitter hoch. Kann man ja nicht. Ich komme. Ich bin voll. Boah, fast gar keine Munition mehr. Ich mach ihn. Ich bin voll. Ich bin voll. Gut, dass man noch ein Inventar hat. Okay, doch nicht. Das ist schon von allem ist gut herein. Ich mach ihn mal in den Zimmer. Ich mach ihn mal in den Zimmer. Hey, was soll das? Ich muss. Das ist also die Höhle der Teufel. Höhle, Höle. Nein, ich bin voll. Ich habe mich da oben. Ich bin voll. 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 Dann los geht's. Okay. Das ist ein Achtung, dass wir jetzt nicht so gut sind. Das ist ein Achtung. Das ist ein Achtung. Das war's für heute. Aber die Musik ist voll laut, ne? Oh, der schießt auf mich. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Which one did I mean? In the hour? Oh, shit. 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 Bam. Oh, shit. Tja, da haben sie genau das richtige Team geschickt. Sepix Primus warf einen großen Schatten auf unsere Stadt. Mit seiner Zerstörung werden die Gefallenen Teufel schwächer. Doch wir müssen wachsam sein. Die Gefallenen sind schlau und sie werden überleben. Das tun sie immer. So, wartet noch. Wo denn? Hier. Oh, jetzt ist es schon weg. Ich guck mal mit. Keine Kiste? Keine Kiste. Nee, jetzt nicht mehr. Schade, schade. Oh, jetzt habe ich Kiel abgeräumt. Also Skilla und Skat, danke schön, dass ihr mitgemacht habt, ne? Immer wieder gerne. Kein Problem, nächstes Mal mache ich auch gerne mit. War cool, ja? So, was haben wir denn bekommen? Na, den brauche ich nicht. 62. Okay. Okay, dann bis zum nächsten Mal, sage ich nie. Ja, super. Skat, Skilla, haut da rein. , danke, obwohl's samein' es. Tja, ich guck's euch wieder. Ja, ich guck's euch schon. Aber wer war jetzt nicht? 0, dass wir jetzt machen? Das war ihr super. Keinste. Ich dass kein wenig. gan nonprofit. Nichts zumindest pai, Ja, 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 ja.